Unser Täter ist 18 Jahre alt, ist in München geboren und aufgewachsen und ist Schüler. Seine Wohnung bzw. sein Zimmer, in dem er gelebt hat, wurde zwischenzeitlich durchsucht. Es gibt aufgrund der Untersuchung keinerlei Anhaltspunkte für einen Bezug zum IS. Vielmehr wurden Unterlagen gefunden aus dem Bereich Amok. Mit dem Thema hat sich der Täter offensichtlich intensiv beschäftigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017